Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Space Marine. Jo, kloppen wir uns mal durch bis zu den Tit... Steigen Sie auf den Rambock, alles klar. Leute, wir sind dabei, die Titanen zu finden. Beziehungsweise uns zu den Titanen durchzuschlagen. Und, äh, ja. Ich denke mal, es wird wieder heiß. Na, komm, schauen wir mal. Prügeln wir uns mal wieder. Da, geht noch einer. Prügeln wir uns mal wieder in guter alter Space Marine Manier durch. Äh, wo ist denn der Vergelter? Scheiße, wie kann man die nochmal sprengen, die Granaten? Ich hab das vergessen, ich muss ja gar nicht nachgucken. Alter, diese verdammten Arschlochskricks. Entschuldigung. Sprecher, Sprecher, Sprecher. Ah, hier können wir noch einen hinrichten. Spacemarines zum Tönen ist mehr nötig, um Norden zu tönen. Dann werden wir erstmal gemütlich hier spazieren. Oh Batsch, schön durchgeschleimt. Wir müssen echt aufpassen, wir dürfen uns nicht mehr so blind vorne reinstürzen. Wenn die Squigs hier ankommen, oder wenn wir ein paar Squigs um die Ecke kommen, haben wir sofort voll abgelost. Das war gerade auch schon wieder, ich sag mal, eine relativ knappe Sache, wenn die einen direkt treffen, dann hauen die uns auch direkt aus der Servo-Rüstung. Klar. Noch einer ohne Fahrschein für den Rambot? Weg. Da ist ein Squig. Diese verdammten Squigs. Gut, ich sag mal, eine einzelne Squig. Lust zu schicken lohnt sich nicht, aber wenn die in diesem Pulk drin sind, ey, meine Fresse. Warte, haben die uns vorhin weggeblasen, die Scheißer. Da zum Beispiel. Da kommen schon wieder welche. Aufladen. Ey, cool, mein Kumpel überlebt sie, oder was? So, zum Glück, wir haben die Wildheit ja noch aufgeladen. Ich hör doch Squigs. Da kommt noch mehr her. Diese Kackviecher, du. Schnell nachladen, bevor wir nachher nachladen müssen, dann stehen wir dann mit unserem Talent. Wind. Die Luft sieht relativ rein aus. Von daher wagen wir uns hier mal hoch. Los, stoppen wir den Rambot. Zeit bis zum Aufprall? Weniger als sechs Minuten. Zeit genug. Stoppen Sie den Rambot. Gerne doch. Scheint ein bisschen auf Zeit zu gehen, die ganze Angelegenheit. Schön wäre mal eine Granatenkiste wieder. Also die Granaten, auch das Granatenwerfen in diesem Spiel klappt wunderbar. Muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist echt tipptopp. Oh, den haben wir aber glatt. Schnell nachladen. Schnell nachladen. Oh nein. Ich habe nur ein bisschen Wildheit. So. Energie wieder voll. Hehehe. 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 Na schieß doch die Explosionsfässchen. Ich wollte doch die Explosionsfässchen zerschießen. Dann mach das jetzt. Oh. Eine Kiste. Good. Und. 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 Bis zum Aufprall. Weniger als vier Minuten. Wir müssen uns um dieses Landungsschiff kümmern. Mit Boltern kann man die Panzerung nicht durchbinden. Diese Züge haben Punktverteidigungsgeschütze. Da kommt gleich eine schwere Waffe. Dann vorwärts. Oder hat sie... Ne, der hat sie nicht überlebt. Doch hat er wohl. Er war mir befreut. Flatsch. Granaten. Na, endlich. Drei Stück wenigstens. Rolle vorwärts. Geben Sie mir Deckung, während ich vorrücke. Vorrücken. Nochmal, schießt nochmal auf mich. Da ist ein Kampf. Es wäre nötig, um Norden zu holen. Jawohl. Dann wieder vorwärts. Musik Musik Wer ballert denn da so, verdammt? Alter Schwede, Leute, ich weiß nicht was ich da mache, aber Okay, Leute, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn es heißt, let's play Space Marine. Bis dann, tschüss.